ChatGPT hat schon wieder ein Update gelauncht und diesmal greifen sie niemand Kleineres an als Google höchstpersönlich. ChatGPT kann jetzt nämlich ganz gezielt im Internet recherchieren und für dich personalisierte und zusammengefasste Ergebnisse erzeugen. Und wie das genau funktioniert, das schauen wir uns jetzt an. So, ich bin jetzt hier in ChatGPT, wir haben die 4O-Version und du siehst jetzt hier im Promptfenster hier unten dieses kleine neue Icon im Internet suchen. Das heißt, wenn ich da drauf drücke, siehst du hier auch schon, er schlägt direkt Suchbegriffe vor. Ich muss diese Aktion übrigens nicht aktivieren, also ich kann einfach in dem Moment, wenn ich jetzt losschreibe und ChatGPT ist der Meinung, ich muss im Internet suchen, dann macht ChatGPT das von ganz allein. Jetzt könnte man sich ja fragen, wofür brauche ich denn jetzt ChatGPT, um im Internet zu suchen? Nun, es gibt hier einige Dinge, die macht ChatGPT natürlich anders. Also, als allererstes werden die Antworten, die hier gesucht werden, natürlich in dem Kontext deines Chats gesetzt. Das heißt, wenn du jetzt hier einen langen Chatverlauf hast und es geht um ganz bestimmte Dinge, dann nutzt ChatGPT diesen Chatverlauf für die gezielte Internetsuche. Ebenfalls hast du das Ganze natürlich hochgradig personalisiert und du kannst es dir auch in Sprache ausgeben. Also auch da wieder nochmal, also in schöner Sprache natürlich mit der neuen Version von ChatGPT. Das ist ein Punkt. Du kannst hier direkt mehrere Quellen anzapfen und um es eigentlich ganz kurz an einem Satz zu sagen, macht ChatGPT einen Unterschied. Es wird nicht eine Suchmaschine, sondern es wird eine Antwortmaschine. Das heißt, wir können jetzt hier irgendetwas suchen und bekommen halt direkt die Antworten, die von ChatGPT zusammengefasst werden. Und das Verrückte, du siehst auch hier ganz unten in dem kleinen Pop-Up, Use ChatGPT for every search, download Chrome Extension to switch your default search engine. Also, die wollen einfach mal direkt, dass du jetzt die Extension in deinem Chrome Store runterlädst und dann einfach Google direkt damit ersetzt. Also, ganz klarer Angriff auf die größte Suchmaschine dieser Welt. Und wie das Ganze funktioniert, das werden wir jetzt einfach mal an ein paar Beispielen testen. Das heißt, ich fange jetzt mal mit ganz einfachen Sachen an und sage, oder ich fange mal mit einem schönen Beispiel an. Eine Sache, die mich in der Recherche immer wahnsinnig viel Zeit gekostet hat. So, mache mir eine Liste der Marketingveranstaltungen in Deutschland, die etwas größer sind und wo man als Speaker auf die Bühne kann. Mache dazu eine übersichtliche Tabelle mit Datum, Ort, Zeit, Anzahl der Teilnehmer, Themenschwerpunkte. Das ist etwas, was du natürlich in der Google-Suchmaschine recherchieren kannst, was aber wahnsinnig lange dauert. So, und jetzt siehst du hier schon, okay, jetzt haben wir sofort im Prinzip die Antwort. Und jetzt brauche ich natürlich noch den, ergänze den Namen der Veranstaltung und die Webseite. So, du siehst auch hier, ChatGPT wirft jetzt einzeln die Quellen raus. Jetzt kann ich das Ganze wieder wie in ChatGPT halt normal ergänzen. Und du siehst, ich habe jetzt hier mit einem kurzen Klick schon mal direkt für 2025 eine Liste der Veranstalter mit dem Ort, mit den erwarteten Teilnehmern und mit den Themenschwerpunkten und kann mich navigieren. Das ist doch mal eine echte Erleichterung in der Recherche. Also, der absolute Wahnsinn. Du siehst also, jetzt werden hier unterschiedliche Quellen angezapft. Ich kann mir die ganzen Quellen hier auch anzeigen lassen. Und du siehst, was er jetzt innerhalb dieser kurzen Zeit an Quellen angezapft hat, was ich hätte sonst ergoogeln müssen. Also, eine echte Erleichterung und ich bin total begeistert. So, ich habe einen neuen Buffet gepromptet. Also, mach mal eine Liste von ausgefallenen Restaurants in Berlin. Also, nicht der klassische Italiener um die Ecke, sondern Fusionsküche, Dunkelrestaurant oder internationale Küche, die nicht so alltäglich ist wie zum Beispiel Persisch. Auch hier, zack, bekomme ich sofort die Antworten und du siehst hier unten auch, welche Quellen angezapft wurden. Perfekt, packe Öffnungszeiten, Straße, Postleitzahl und Webseite dazu. So, jetzt wird wieder die Tabelle ergänzt und zack, habe ich von allen noch die Öffnungszeiten und den Ort und den Namen. Ihr könnt jetzt natürlich wieder diese Tabelle und so weiter immer wieder ergänzen. Du siehst also, es macht die Recherchearbeit extrem einfach. Was kann man damit machen? Du kannst natürlich die aktuellen Trends, Wettervorhersagen oder solche Listen machen, also Rechercheaufgaben für Veranstaltungen, für Filme, für Software, die kommt. Du kannst halt sehr, sehr viele Quellen auf einmal anzapfen. Und das ist, glaube ich, der große Unterschied, dass du hier wirklich so schnell die Antworten bekommst und halt diesen ganzen Suchprozess massiv verkürzt. Tja, wie Google darauf reagieren wird und ob wir in Zukunft nicht mehr googeln, sondern ChatGPT nutzen, um halt jede Suche abzugeben. Ich weiß es nicht, aber ich nutze das jetzt hier mit großer Begeisterung. Sag du mir doch gerne mal, was hast du schon bisher mit ChatGPT gesucht und wo hattest du einen großen Wow-Effekt, weil du sagst, wow, Google braucht doch kein Mensch mehr. Ich freue mich auf die Kommentare.